ganz ehrlich ich hätte auch lust alles alles in ordnung reichte schlag es war der whisky du hast whisky gepumpt ja medizinisch ich hab den gepumpt oh gott oh gott hallo 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 ich glaub ich hab den gang schon zugelegt um die hüfte ich glaub ich hätte heute nicht so viel kuchen essen sollen ja ich hab nichts zugelegt ne hast du nicht hallo peter hallo 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 ja, 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 ja ich glaub da Are you with the medicine alkohol, dass soll ich auch mal ausprobieren Wenn das Pferd am Kopf steht... Boah, Alter, wird mir doch jetzt zahm hier. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wo sind denn alle? Cash, wir sind hier. Ja. Hi. Sie hat's gehört. Pass, nicht auf Fall. Komm. Ich mach nix. Ich mach nix. Alles gut. Alles gut. Oh Gott. Bleib so. Ja. Ich hol schnell die Kamera. Ich hol schnell die Kamera. Ja. Alles okay? Boah, der wird mir doch ganz heiß. Oh Gott. 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 Aber warum? Alles gut? Alles gut? Danke, Navarro. Aha. Ich hab was gut bei den Sternenträgern. Sieger der Herzen, Navarro. Ich glaub auf. Dankeschön. Wer? Oh, oh, oh. Das wird ne heiße Kampf, glaub ich. Miss McRae, Mr. Davis. Sind sie bereit? Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ada, sind das jetzt schon eh Probleme oder? Miss McRae auch bereit. Ja, los jeden beim Schuss, ne? Voll fertig, Kett. Los, Kett. Mach ihn fertig. Voll platz, Kett. Aua. Mach ihn. Weiß ihn. Bitt ihn. Oh. 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 Hinschwerer. Boh. Oh. Kein Fall. Ja. 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 Mach ihn fertig, Kett. Oh. Oh, schein. Der macht doch ja... Oh, schein. Ganze plaffe Kett. Ah. Oh. 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 wie eine damme Aua! Das ist aber... Das ist wieder... Oh, stopp, stopp! Oh, oh, oh! Ja, ist so. Auch ein bisschen grav. Vielleicht werde ich mal gespürt. Kehrt, ich esse eben 20 Kaktusfrüchte, okay? Ja. So, das heißt, du bist jetzt dick. Nee, dick werden wir dann. Man wird nur wässriger. Ah, wässriger. Kehrt, als du gesagt hast, ich komme nass. Also, seit dem Gespräch mit den Indianern denke ich falsch. Sagen muss. Ja. Der ist der. Der ist ja so. Ich hab's. Ich hab's. Hier, 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 hier. Ey, sind wir bescheuert. Oh mein Gott. Das ist nicht, was der Scheiß ist, oder? Das ist nicht, was der Scheiß ist, oder? Die Frau wieder hier. Es sind vorne hier und acht Leute sind hier langgelaufen. Acht Leute sind hier langgelaufen. Ja, gut. Ja, gut. Jetzt krieg ich aber einen Tetschler, hallo? Ja, komm her. Hi, Kat. Hi, Kat. Hi, Kat. Komm her, Kat. Will er ja auf sich zu Tetscheln? Ich mag das. Hallo? Ich will ein Bugpfeifee. Ich Bugpfeifee. Oh mein Gott. Wir sind ja rechtzeitig fertig geworden. Wir sind ja rechtzeitig fertig geworden. Oh Gott. Ah, Nick. Oh, Nick. Oh, die Nick. Ich wollte grad schlafen gehen. Ja, kannst du. Zimmer ist frei. Ja. Wir sehen uns. Hier auch. Oh mein Gott. Stell dir mal vor, der wäre ein paar Minuten eher reingekommen. Ey, Junge. Oh, danke. Danke, Doc. Ich muss auf der Seite sein. Ja, genau. Keine Waffen, ne? Kein Würgen, ne? Sind sie bereit? Immer. Planiert es beim Schuss los. Komm, Kat, mach ihn fertig. Los, Zack. Ja, und schlag meine Frau, du wirst die von mir. Dann kannst du zu glücklich entscheiden. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Noch sitzt der Hut fest, ne? Oh, ja. Hier lag meine Frau, die ist degradiert. Oh, ja. Oh, das ist schön. Oh, schön, schön. Oh, schön. Los! Oh, der ist ja nicht weg. Oh! 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 Degradierung! Sieger durch K.O. Mr. Brown! Oh! Oh! Hey, Brown! Degradierung! Degradierung! Ja, da jetzt... Wohin? Gut gemacht, Scherz. Wie, wohin? Ja, vorne an dieses Zelt. Ja, Brown, längste Zeit Deputy-Essmann gewesen, ne? Ja, herzlichen Glückwunsch! Ja, ich übernehme dann den Posten von Brown! Wunderbar, machen wir so! Bixeln wir da hin! Ja! Ich finde das schön, Perfekt! Einfach so ne Stimmung! Haben wir den Reverent da gelassen? Ja, scheiße! Der Tor dann, Alter! Wir haben vorkommen! Wir haben den Tor zum zweiten Mal vergessen! Geh einfach aus dem Tor raus! Einfach aus dem Tor! Das können wir dem nie antun! Der hat mir schon ne Taube... Der hat mir schon ne Taube gestickt, ob wir schon wieder los sind! Los und er ist zurück! Kat, du bist grad zu betrunken, um eigene Entscheidungen zu treffen! Jetzt steig auf! Du hast mich gehauen! Du hast mich gehauen! Tut mir leid, Kat! Ich hab mich gehauen! Tut mir leid, Kat! Steig auf! Steig auf, Kat! Steig auf jetzt! Steig auf! Steig auf! Steig auf, Kat! Ich bin mir sicher, dass bis zum Haus niemand sein wird. Und ich bin mir auch sicher, dass jeder den Ehe-Streit wünscht. Weil sobald man Ehe-Streit sagt, ist es okay. Na, Kette, wie geht's dir? Soll ich jetzt schreien? Nein, Kette schreien. Hilfe. Fang nicht an zu schreien, das ist unser Beiderhof nicht gut. Der US-Nutty Marshall ist Kuckuck. Er entführt arbe Frauen und bringt sie in den dunklen Wald. Und dann vergräbt er sie. Hilfe. Ey, wenn das John ist, dann wird die Rastiehaus. Hilfe. Er hat ja auch verriebt. Es sind glaube ich gerade so 10 Leute wach oder so. Wenn jetzt irgendwer uns begegnet, dann ist das wirklich so ein großes Kette. Der Tod hat nicht genommen. Oh Gott, oh Gott. Alles gut, Kette. Ich habe alles unter Kontrolle. Ich bin ein verantwortungsbewusster Mann. Alles unter Kontrolle, Kette. Der nächste Typ, der mir begegnet, wird mit Tom auch begrüßt. Ich will das doch. Nein, lass mich frei. Ich lass dich frei, sobald wir bei uns zu Hause sind. Nein, ich bin frei. Kette. Ich verspreche, dass du auch bei Pferd spe... Sie hat auch darauf angesprochen, dass die... Pump, Baby, Pump. Pump ab das Wasser. Okay. Sag jetzt, was ich hier war. Kannst du das auch bitte oberkörperfrei machen? Bitte, ich will was sehen. Oh nein. Und jetzt Pumpen. Ja, ja. Sehr unschuldig. Trüde, unschuldig. Trüde, unschuldig. Ach! Ach! Wie viele sind alle so drückend. Ach! Ach! Hast du nicht getan? Hab ich getan! G'mei! Nein, nein, wir sind nicht gewollt. Nein, wir sind nicht gewollt. Nein, nein, nein. Sag meinen Hintern, wenn du die Fütten ziehst. Du hast einen schönen Hintern. Hallo schöner Hintern. Nein, 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 nein. Der Mann ist das, der Mann hier ist das. Hallo schöner Hintern. Kannst du bitte Kat sagen, dass es vielleicht tut? Hat dein Hintern dir die Nachricht übermittelt? Nein, nein. Oh, du fühlst mich, du bist echt vom Kerl holen. Ey, nein. Oh, Juni. Pump, 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 pump. Pump, baby, pump. Pump, pump, pump. Ich pump, ja scheiße. Aber oberkörperfrei, so war das doch. Hau das doch. Wollte ich gerade mal. Ja. Ja. Ich pump weiter, baby. Ich pump weiter. Ich pump wie so. Irrer. Ich pump nicht. Ja, ich hab keine. Ja, ja, ja. Spitzpump. Ich pump. Ich hab'n Beneladen und ich pumpe. Ich pump wie so. Irrer. Ja, ja, ja. Ich pumpe. Ich pumpe. Oh, ey. Okay, let's go. Weiter geht's. Okay. Ja. Oh mein Gott, mein Herz geht auf. Oh, er muss wieder weg. Wir sind zu viele Scherz. Das war's. Nein. Der verlorene Wagenbauer ist zurück. Keiner. Keiner. Oh Gott sei Dank. Oh, Bärchen. Oh, Kätzchen. Oh, Kätzchen. Oh, oh. Wie geht's gut? Oh, oh. So schön. Krupa, geh weg, wir wollen alleine sein. Ja, die, wir haben jetzt. Wir müssen nur aufpassen, weil wir grad jetzt an einer mehr geworden sind. Ja, das ist ein Raubtier. Das ist mein Raubtier. Leichst dich an deine Beute an. Aber du bist heute doch nicht so auf Zack oder so. Nee, können wir nicht auf Zack. Naja, ich bin französisch, hast du nicht verstanden. Scheiße, zurem. Ich hab's immer noch nicht verstanden, erklär's mir. Echt nicht? Nee, keine Ahnung. Ich könnt's dir erklären, aber nicht im Beisein von den anderen. Und was? Alles gut, Paul. Alles gut. Alles gut. Ja, das Thema hatten wir gerade. Wo ich gesagt hab, ach, leck mich doch. Ähm. Arsch. Nein, aber das ist, das ist, das ist, das ist französisch. Was? Was? Oh Gott, muss ich dich aufklären? Was denn? Alles gut. Alles gut, alles gut, alles gut. Alles gut, alles gut. Wie klar. Wie stehst du an, bist du französisch? Ich kann's nicht reden. Ich kann nur trocken. Ich kann nur trocken. Ich kann nur trocken. Ich kann nur trocken. Oh nein. Ich kann nur trocken. Ich kann nur trocken. Das ist wahrscheinlich gerade das lustigste, was ihr erlebt habt in diesem County. Aber wir verstehen es halt nicht, Isla. Trotzdem, das ist so. Also, das ist dann überhaupt nicht trocken eigentlich. Was? Warum geht's? Oh mein Gott. Warte mal. Muss ich euch beide jetzt irgendwie? Erklär es bitte. Ja, erklär es bitte. Ja, ich... Ja, frag mal Brü und Browns. Okay. Auf einer von denen das versteht. Okay, cool, so. Brü, Browns. Ich hab mal ne Frage. Ja. Wie steht ihr zu französisch? Ich kann französisch, ja? Ich kann französisch, ja? Brü, du verstehst... Brü, du verstehst mich, oder? Brü versteht... Ich wusste, dass Browns es nicht versteht. Brü versteht es. Brü versteht es. Schatz, wir sind immer so süß und unschön. Wir sind im selben Team. Wir sind beide süß und unschön. Ach, nö, ist das was Versautes. Ja, es ist was, ja. Oh Gott. Was ist das denn? Nee, ihr müsst uns aufklären. Ich brauch dich noch kurz. Sprich mal Französisch. Okay, warte, 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 warte. Bolton? Bolton? Ja. Wie stehst du zu französisch? Wieso? Verstehst du mich? Was meinst du? Wie stehst du zu französisch? Wieso? Ja. Du musst jetzt auch nicht verstehen. Nur die Frauen verstehen. Also verstehen tue ich es so halb. Sagen wir es so. Nein. Sie meint nicht die Sprache. Sie meint was anderes. Ich hab keine Ahnung. Ich meinte es selber nicht. Ja, wahrscheinlich. Ich werde es nicht kommentieren. Verstehst du es? Ja, ja. Ich werde es dann hier auch von dann machen. Ich werde es dann auch von dann machen. Okay, bis morgen. Dann passen wir doch. Zeigen? Was kann man denn denn zeigen? Oh. Ich werde es sehen. Okay, ich werde es sehen. Okay, ich kann nicht mehr. Okay. Es ist so viel. Zeig mir wie das geht. Ciao. Ich weiß eigentlich wie das geht. Oder was das ist. Weißt du das wirklich nicht? Nein, ich hab keine Ahnung. Oh, das. Ja. Ich weiß nicht, wie ich dir das erklären soll. Oh. Pferd. Okay. Also. Pferd versteht es wahrscheinlich auch. Pass auf. Französisch ist wenn... Ja. Geh weg. Ich klär mich grad auf. Okay. Er hat mich so. Das ist ja auch eine Aufklärungsarbeit. Ich hab doch vorhin gesagt. Leck mich, oder? Ja, hast du. Ja, und was hast du gesagt? Mach ich gerne. So, und das ist Französisch. Was ist das? Die Sprache des Fickens, oder was? Nein, das ist das, was man dann tut. Das heißt so. Ah. Okay. Okay. Ja. Okay, gut.